Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Pangea, die Mathe-Show. Letzte Woche haben unsere Viertklässler teilgenommen und zwei Kinder haben sich qualifiziert für das große Finale in Berlin. Heute nehmen die Fünftklässler teil und wir sind schon sehr gespannt, welche zwei Kinder weiterkommen. Paul, was würdest du denn gern sagen? Ja, also ich freue mich richtig, dass ich hier dabei sein darf. Das ist toll. Du hast ja eine etwas außergewöhnliche Berufsvorstellung für deine Zukunft. Was möchtest du denn gerne werden? Meeresbiologe. Was möchtest du da gerne machen? Korallenriffe erforschen und so. Bist du nervös, Mohamed? Eigentlich jetzt nicht. Warum denn nicht? Ich weiß nicht. Also das ist amerische Kliff. Gibt keinen Grund, nervös zu sein, gell? Bist du gut vorbereitet auf die Sendung? Nicht so, also ich weiß jetzt nicht, was auf mich zukommt. Okay, aber du denkst, ich werde das schon meistern, gell? Noah, was möchtest du gern über die Pangea-Matte-Show sagen? Also, ich finde es toll, dass die Mathematik so außergewöhnlich sein kann. Und was möchtest du denn gern in Zukunft werden? Handball-Profi. Woher kommst du? Ich komme aus Limburg. Im Saarland. Im Saarland. Okay. Wie ist es dort? Sehr schön. Du willst dich heute für das große Finale in Berlin qualifizieren. Was möchtest du denn gern im Finale erreichen? Ich würde gerne unter die ersten drei kommen. Da wünschen wir dir viel Glück, Nullen, damit. Alle stehen schon bereit. Die zweite Runde der Pangea-Matte-Show wird gleich starten. Und wir sind auch schon gespannt, wer heute weiterkommen wird. Wir wünschen den Kindern viel Erfolg und freuen uns auch schon auf die kommenden Wochen. Und nicht vergessen, gefällt mir Button drücken.